der schütze wahrscheinlich du hast es auch hingekriegt du bist echt eine granate ja leute was stimmt nicht mit euch Lucas ja später auf jeden fall alle anderen ging es auch hin ja ich glaube bei dem spiel sind wir beide ja aber hey wir zeigen den leuten spieler die gut sind so müssen wir das sehen genau aber ist doch für die leute gut dann könnt ihr was sehen wie man das machen könnte und wie man es nicht machen könnte ja und läuft oh sorry aber ich fahre ein bisschen tattern ja ja guck mal ich war passiv dran beteiligt ja 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 na das ja 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 Mit den Kippen? Mert ist bestimmt aller wie ein Teppich Wo denn gehst du? Guck mal, was macht der? Junge Oh, danke Mert Ich dachte gerade erst, er sagt jetzt einfach Wir sind einfach mies Oder? Aber er sagt ihm sympathisch Also alles gut Gibt's doch, ey Ihr seid eigentlich alle mies Ihr seid einfach mies Alles Nichtskönner Ja, originale Nichtskönner Oh, weiß ich Ich glaube, der wirklich Ich bin doch rockerlich anscheinend Also, ich glaube, wir sitzen Gibt's den Blitz Und Mert Und Mert Und Ja, ey, guck's dir das an, ey Mit dem Mit dem Das ist gar nicht gut bei dem, ne? Also wirklich Das nutzt dann sowas von der Haus Ja, ey, die junge Mert, was ist denn falsch mit der Junge? Okay, alle Alle aus Team Lauf Wir mal in Team Orange Und Mert Ey, guck dir das doch mal an, was ist denn das? Endlich habe ich auch mal eine Chance, ein Tor zu schieben Ey, wir spielen 4 gegen 3, das ist ja auch gar nicht fair Ja, leider Ich hab denen zu viel Guck dir das, wie kann man so spielen, wie geht das? Also, jetzt mal so Ja, hinten in dem Guck mal, guck mal, es gibt Fortnite Kitties und es gibt so anscheinend RL Kitties Ja, hinten in dem Guck mal, es gibt Fortnite Kitties und es gibt so anscheinend RL Kitties Ja, wirklich, was ist denn los mit der? Ja, wirklich, was ist denn los mit der? Ja, wirklich, was ist denn los mit der? Tschüss, Mann! BAM, Junge, da ist er Ja, jetzt aber Jetzt Fionic on fire, Junge Jungen Daher muss ich jetzt auch zur Eckfahne rennen, da hin rutschen und irgendwie mit dem Weg Jetzt kommt wieder die Aktion, guck dir das an, Junge, guck's dir an, guck dir das an, Junge Das ist doch Aber So, guck mal, er macht's immer gleich, ne, er fährt da die Wand hoch und fängt dann einfach da an Junge Ja, Junge Mal auf kleine Wir können gehen Aaaaaaah Mit Vorlage Ich kann mich hier mitnehmen, damit geht's nicht jetzt Super Okay Also, ich kann mich jetzt hier mit einem Mal in meinem, ähm Mein Trend ist hier gebrochen, hier braucht es hier Nein Aber guckt euch das an, ne? Das ist unglaublich Es gibt so ungefähr... Palmen, Palmen hier Das ist Toxikus Ja, Toxikus, glaub ich auch Guck dir, ich fahr einfach mit und guck einfach, was der da macht, ey Guck dir das... Ja, jetzt klingt mir auch noch die Bälle ab, ne? Es ist unfassbar Wie geht das? Das ist einfach gegen die Physik, ey D Shup D Shup Eheh D Shup D Shup D Shup Aaaaaaah D Shup D Shup D Shup D Shup Da oben ist fast klar. Na der ist einfach der König, wenn du hättest. Ja. Guck. Wie so'n Scheiß-Tamlet, Alter. Aber geht nicht bei der Kellnern oder so. Das ist echt... Ja. Feier ich. Auf jeden Fall. Macht Spaß zuzugucken. Und wenn man ihn als Gegner hat, lief man am besten sofort. Aber wie gesagt, das ist schön anzuschauen. Echt, also... Dreistellig verlieren. Ja, stell dir mal vor, seine anderen zwei Teamkollegen, in der 3v3 spielt, die sind auf seinem Niveau. Ja. Auf jeden Fall. Ich spiele auch jeder am Keil. Fußball ist dann der Luftball. Ja. Volleyball und Helden. Unglaublich. Ja. Junge, das ist... Das ist krass. Das ist echt... Ja. Ja. Es ist wirklich einfach schön am... Yes. Hast du meine schöne Vorlage? Ja. Ja. Guck mal. Bam. Und dann kam der... Bam. Wir sind ein eingespieltes Team. Ja. Läuft. Einfach zerstört. Was ist denn das für ein Brandenquick zwischen euch? Ja, keine Ahnung. Wie einfach... Wie so ein... Wie so ein Stück Holz da rum... Nebel. Guck mal. Juck. Wie ein Tanzball. Das ist unfassbar, ey. Jetzt auf den Fall wiederhessen. Guck mal! Wie langem Hohen Sie? Komm schon! Wie langem Hohen Sie bist.